Musik Sie sehen heute einen Vortrag aus dem Jahr 2006, aufgezeichnet bei der Volkshochschule Lahr. Prof. Dr. Meinhard Miegel war Direktor des Zentrums für internationale Wirtschaftsbeziehungen der Universität Leipzig und Vorsitzender der Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen. Er ist Vorstand von Denkwerk Zukunft, Stiftung kulturelle Erneuerung und leitet den Ammeranger Disput der Ernst-Freiberger-Stiftung. Musik Prof. Dr. Meinhard Miegel spricht zum Thema Epochenwende. Gewinnt der Westen die Zukunft? Musik Wer in einem Land wie Deutschland, in dem große Teile der Bevölkerung in der Aufrechterhaltung oder besser noch in der Steigerung ihrer Konsumfähigkeit ihren Lebenssinn sehen, Begriffe wie Verzicht oder Bescheidenheit in den Mund nimmt, der läuft Gefahr als moralinsauer, als vorgestrig oder zumindest als Spielverderber gebranntmarkt zu werden. Über solche Dinge redet man nicht. Ist es nicht geradezu Bürgerpflicht, optimistisch zu sein, zu sagen, ach, das wird alles schon nicht so schlimm kommen? Genau so, wie die Menschen in den 70er und 80er Jahren gehandelt haben, als sie gesagt haben, ach, die Menschen werden schon wieder Kinder haben, ach, wir werden die Schulden schon wieder unter Kontrolle bekommen. Müssen wir nicht auch heute wieder sagen, ach, es wird alles nicht so dramatisch werden. Wird nicht viel unternommen, um die Bürger geradezu zum Konsum zu animieren, in einen Kaufrausch zu versetzen. Und heißt es nicht immer wieder, wir übten ohnehin viel zu viel Konsum, Zurückhaltung. Ist es nicht wieder einmal Zeit, es so richtig krachen zu lassen, das Leben zu genießen, mehr auszugeben, eben optimistisch zu sein. Wie lässt sich das vereinbaren mit Zurückhaltung, Bescheidenheit, Verzicht? Und wie lässt sich das vereinbaren mit dem Appell, die Zukunft zu gewinnen, die Zukunft des Westens? Meine Damen und Herren, die Bevölkerung der früh industrialisierten Länder, ich verstehe darunter Westeuropäer, Nordamerikaner, ich verstehe darunter die Japaner und Australier und einige andere, befinden sich ganz offenkundig in einem Dilemma. Sie alle sind geprägt von einer menschheitsgeschichtlich einzigartigen Epoche, nämlich einer Epoche explosionsartigem wirtschaftlichen Wachstum. Nach dem Zweiten Weltkrieg verfünffachte sich die pro Kopf erwirtschaftete Menge an Gütern und Diensten innerhalb eines unglaublich kurzen Zeitraums von ungefähr 25 Jahren, von 1950 bis 1975, 1980. Die Wohlstandsmährung, die in diesem unglaublich kurzen Zeitraum zu beobachten war, entsprach der Wohlstandsmährung, oder richtiger noch, sie war größer als die Wohlstandsmährung in den vorangegangenen 30 Generationen zusammengenommen. Sie haben richtig gehört. 30 Generationen haben nicht die Wohlstandsmährung erzeugt, die innerhalb von 25 Jahren erzeugt worden ist. In der Zeit von Karl dem Großen bis Napoleon, also in tausend Jahren, verdoppelte sich die pro Kopf erwirtschaftete Menge an Gütern und Diensten in Europa. In tausend Jahren Verdoppelung. Im Jahrhundert der Industrialisierung, im 19. Jahrhundert, verdoppelte sich die Menge an Gütern und Diensten abermals, in nur 100 Jahren. Aber dennoch, es dauerte 100 Jahre. Und dann das, Verfünffachung innerhalb eines Zeitraums von 25 Jahren. Allerdings war diese explosionsartige Entwicklung gleichzeitig auch die Schwäche dieser Entwicklung. Eine solche Explosion des Wachstums konnte nicht nachhaltig sein. Und das wurde nicht verstanden. Man ging davon aus, dass die Wachstumsraten, die damals gezeitigt wurden, immer so weitergehen konnten. 4% auf 4% auf 4%. Und man begriff nicht, dass ein solches exponentielles Wachstum, solch ein Zinseszinswachstum gewissermaßen im Unendlichen enden würde. Etwas, was in einer endlichen Welt ganz ausgeschlossen ist. Die Wirtschaft konnte so nicht weiter wachsen und das wurde damals schon von den Hellsichtigeren erkannt. Ein Ludwig Erhard beschwor seinerzeit seine Landsleute, vor 40 Jahren war das, Maß zu halten. Die Bevölkerung dachte gar nicht daran, dem zu folgen. Sie verspottete ihn und sagte, ja, der Wirtschaftsminister hat gesagt, wir sollen es Mois halten. Und sie stemmten die Bierkrüge. So interpretierten sie diesen ehrhardschen Appell. Die Bevölkerung wollte mehr und immer noch mehr und sie scheute bei der Verfolgung dieses Ziels vor fast nichts zurück. Bereits in den 70er Jahren zeigte sich jedoch, dass die Annäherung an dieses Ziels immerwährenden Wachstums immer schwieriger wurde. Als sich 1978 die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrieländer in Bonn trafen, da stellten sie mit einiger Beklommenheit fest, dass weithin das Wirtschaftswachstum lahmte, dass die Arbeitslosigkeit zunahm, die Verschuldung der öffentlichen Hände stieg, die sozialen Sicherungssysteme nicht mehr hielten, was den Bürgern einst in Aussicht gestellt worden war. Und nicht zuletzt stellten sie auch fest, dass immer weniger Kinder geboren wurden. Keineswegs nur in Deutschland, sondern in der ganzen westlichen Welt. Was war zu tun? Die Antwort der Staats- und Regierungschefs lautete damals, nun ja, das alles ist nichts Ernstes, das ist nur gewissermaßen eine kleine Unpestlichkeit unserer Gesellschaften. Und ihre Therapie war, schuldenfinanzierte Konjunkturprogramme. Konjunkturprogramme, mit der die Wirtschaft belebt werden sollte. Man wollte wieder zurück auf diese alten Wachstumspfade der 50er und 60er Jahre und man begriff nicht, dass dieses Wachstum jener Epoche einzigartig war und einzigartig bleiben musste. Und von diesem stimulierten Wachstum der Wirtschaft wurde zugleich die Lösung aller anderen Probleme erwartet, also der Beschäftigungsprobleme und der Probleme der sozialen Sicherungssysteme. Wirklich aufgegangen ist diese Rechnung zu keinem Zeitpunkt. Ein Konjunkturprogramm nach dem anderen verflackerte, ohne dass die frühindustrialisierten Länder wieder ihre alten Wachstumspfade aufnehmen konnten. Übrigens nur als Randnotiz. Die Schulden, die damals gemacht worden sind, um jene Konjunkturprogramme zu finanzieren, sind bis zum heutigen Tag nicht zurückgezahlt worden. Noch heute schleppen wir die Schulden aus den 70er Jahren mit uns. Seitdem ist ein Vierteljahrhundert vergangen und die Bilanz ist ernüchternd, zweifellos für Deutschland, aber auch für Frankreich, Italien und die meisten Länder Westeuropas. Auch für Japan und bei Lichtbesehen, selbst für Großbritannien und die USA. Nirgendwo, nirgendwo sind die Blütenträume jener außergewöhnlichen Wachstumsperiode von den 1950er bis in die 1970er Jahre wahr geworden und nirgendwo, wie sollte es anders sein, sind die Bäume in den Himmel gewachsen. Abermals hat sich die Wirklichkeit gegen Illusionen durchgesetzt. Versuche, vor allem von Politikern, trotzdem frühere Zustände wiederherstellen zu wollen, wirken immer bemühter und sie sind im Ergebnis wenig erfolgreich. Die Befunde sind eindeutig. Wohlstandsmehrendes Wachstum, wirklich wohlstandsmehrendes Wachstum, gibt es nur noch in wenigen Ländern des Westens, vorzugsweise in solchen, die wie in Irland erst in neuerer Zeit den wirtschaftlichen Anschluss gefunden haben. Folglich steigen in einem frühindustrialisierten Land wie Deutschland die Erwerbseinkommen abhängig Beschäftigter schon seit Ende der 1970er Jahre nicht mehr. Seit nunmehr 25 Jahren. Kein Anstieg. Gestiegen sind die Stundenlöhne. Das ist wohl richtig. Aber im gleichen Rhythmus, in dem die Stundenlöhne zunahmen, schwand das Arbeitsvolumen. Und das bedeutete, dass heute die abhängig Beschäftigten nicht mehr Kaufkraft auf ihren Gehaltskonten vorfinden, als sie vor 25 Jahren vorgefunden haben. Wenn man spitz rechnet, kommt man sogar zu dem ernüchternden Ergebnis, dass heute die Kaufkraft abhängig Beschäftigter niedriger ist, als vor 10 oder vor 15 Jahren. Nun kann demgegenüber eingewandt werden, dass die Arbeitnehmer von heute die mehr oder minder gleiche Kaufkraft zumindest in weniger Stunden erwirtschaften. Dass sie also den Vorteil haben, mehr Freizeit zu haben. Das ist in der Sache richtig. Aber zugleich ist das nur ein schwacher Trost. Der Rückgang der geleisteten Arbeitsstunden vollzog sich nämlich höchst ungleichmäßig. Die Zahl von freiwillig, aber auch unfreiwillig Teilzeitbeschäftigten, vor allem aber geringfügig Beschäftigten, nimmt außerordentlich stark zu. Und wenn wir es genau betrachten, dann nimmt nur diese Gruppe von Beschäftigten an Zahl zu, während die anderen an Zahl schwinden. Und die Einkommen jener Letzteren, jener Teilzeitbeschäftigten und geringfügig Beschäftigten, sind eben heute viel, viel niedriger, als die Durchschnittseinkommen vor 10 oder 20 Jahren waren. Von den 35,7 Millionen Erwerbspersonen, die abgesehen von Beamten und Soldaten einer abhängigen Beschäftigung nachgehen oder eine solche suchen, sind nur noch 60 Prozent Vollzeit beschäftigt. Und selbst unter ihnen gibt es eine stattliche Zahl, die beispielsweise als befristet Angestellte kein normales Arbeitsverhältnis hat. 25 Prozent sind Teilzeit- oder geringfügig beschäftigt und die verbleibenden 12 Prozent sind arbeitslos, viele von ihnen seit Jahren. Diese Befunde des Arbeitsmarktes finden ihren Niederschlag bei den Renten. Bis vor wenigen Jahren rückten und rührten sich die Renten wiederum gemessen an ihrer Kaufkraft nicht von der Stelle. Wer zu Beginn dieses Jahrzehnts in Rente ging, kann zwar davon ausgehen, dass er dank steigender Lebenserwartung etwas länger Rente beziehen wird als die früheren Jahrgänge, aber er bezieht keine höhere Rente. Und zum Ausgleich für die längere Rentenbezugsdauer hat er weit größere Beiträge entrichtet als die früheren Rentnerjahrgänge. Von einer Teilhabe an einer allgemeinen Wohlstandsentwicklung, wie sie ja ebenfalls einmal in Aussicht gestellt worden war, ist weit und breit nichts zu sehen. Doch das, meine Damen und Herren, war nur das Vorspiel. Denn spätestens seit 2003 geht es mit der Kaufkraft der Renten zügig bergab. Und das wiederum heißt, dass die Kaufkraft der Rentner in den vor uns liegenden Jahren zwischen einem Siebentel und einem Fünftel abnehmen wird. Und das noch nicht einmal die erhöhte Mehrwertsteuer berücksichtigend, das noch nicht einmal die steigenden Sozialbeiträge auch der Rentner berücksichtigen wird. Dabei wagt niemand darauf zu wetten, dass sich bei den Erwerbseinkommen nicht Ähnliches ereignen wird. Nicht nur eine rasch wachsende Zahl von Unternehmen, sondern auch die öffentliche Hand fordern, von ihren Beschäftigten spürbare Einkommenseinbußen hinzunehmen. Und die Beschäftigten willigen ein. Sie wissen, andernfalls gehen noch mehr Arbeitsplätze verloren, als dies ohnehin schon der Fall ist. Ich meine, vor diesem Hintergrund von einer bloßen Krise zu sprechen, die sich bei einigem guten Willen und etwas Optimismus in absehbarer Zeit auch wieder überwinden ließe, verfehlt die Wirklichkeit. Denn Krisen sind vorübergehende Zustände, keine Dauerzustände. Was die frühendestrealisierten Länder derzeit erleben, ist jedoch nicht etwas Vorübergehendes. Es ist dauerhaft. Die heutigen Lebensbedingungen begannen schon vor einer Generation, ich habe eingangs darauf hingewiesen, wirksam zu werden. Und realistischerweise ist davon auszugehen, dass sie auch noch in kommenden Generationen ihre Wirkungen entfalten werden. Was hat sich ereignet? Nichts, was mit einem Tsunami, nichts, was mit einem Erdbeben oder einem Hurricane vergleichbar wäre. Nein, alles, was die frühindustrialisierten Länder heute beschwert, hat sich keineswegs im Verborgenen über lange Zeiträume systematisch aufgebaut. Aber die Bevölkerung der frühindustrialisierten Länder wollten die Veränderungen nicht zur Kenntnis nehmen. Sie wollten sie ganz einfach nicht wahrhaben. Krampfhaft verdrängten sie, wie sie selbst und die Welt um sie herum anders wurden. Und nur gelegentlich wunderten sie sich einmal, dass nichts so blieb, wie sie es gewohnt waren. Auf diese Weise entging ihnen, dass sie die Sonderstellung, die sie über viele Generationen hinweg im globalen Gefüge inne hatten, Schritt für Schritt verloren ging. Das begann bei so elementarem wie der zahlenmäßigen Größe der Bevölkerung. Das können wir uns heute kaum noch vorstellen. Aber vor gerade einmal 100 Jahren, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, war jeder dritte Erdenbürger ein Europäer. Jeder dritte Erdenbürger. Und vier Fünfte dieser Europäer lebten hier in diesem Kontinent und ein Fünftel lebte außerhalb dieses Kontinents. Die Europäer waren also nicht nur an Zahlen mächtig, sie waren auch allgegenwärtig. Es gab kein Fleck auf der Erde, wo nicht ein Europäer anzutreffen gewesen wäre. In Nord- und Südamerika ohnehin, ebenfalls so in Australien und Neuseeland, aber auch auf den anderen Kontinenten, in Asien, in Afrika. Das ist jetzt vorbei. Zurzeit bilden nur noch die Europäer 12% der Weltbevölkerung. Und in 45 Jahren werden es voraussichtlich noch 7% sein, gegen Ende dieses Jahrhunderts 4%. Von einem Drittel auf 4% innerhalb eines Zeitraums von 200 Jahren. Und das Besondere hieran ist, dass diese 7% um das Jahr 2050 oder jene 4% um das Jahr 2100 zu einem Guteil gar keine Europäer mehr sein werden. Ungefähr ein Viertel dieser Menschen werden Asiaten und Afrikaner sein. Aber sie werden sich Europäer nennen. Die Europäer haben sich also innerhalb eines kurzen Zeitraums von einem wirklichen Schwergewicht zu einem Leichtgewicht entwickelt. Noch bedeutsamer als dieser qualitative Bedeutungsverlust ist allerdings die Alterung der Europäer. Selbst wenn dies zu den noch immer verpönten Wörtern gehört, ich will es dennoch aussprechen. Wir Europäer vergreisen. Noch um 1900 war die Hälfte der deutschen Bevölkerung, ähnliches gilt für die übrige europäische Bevölkerung, jünger als 23 Jahre. Kaiser Wilhelm hat also ein Reich von Kindern und Jugendlichen regiert. Heute hat die Hälfte der Bevölkerung das 43. Lebensjahr überschritten. Und in ungefähr 30 Jahren wird die Hälfte der Bevölkerung das 50. Lebensjahr überschritten haben. Annähernd 40 Prozent der Bevölkerung werden älter als 60 sein. Und das bedeutet zugleich, dass praktisch jeder zweite Erwachsene, jeder zweite über 18-Jährige, älter als 60 Jahre sein wird. Die atemberaubende Geschwindigkeit dieses kollektiven Alters lässt sich sehr gut am Lebensweg eines Menschen verdeutlichen, der sich heute in seiner Lebensmitte befindet. Ich gehe also ganz bewusst nicht zurück bis in graue Vorzeiten, sondern ich nehme einen Menschen, der heute Anfang 40 ist. Dieser Mensch ist Anfang der 1960er Jahre geboren worden und er wird so um das Jahr 2045 herum sterben. Was tut sich in dessen Lebensspanne? Dieser Mensch, der heute Mitte 40 ist, der wurde noch in eine richtig junge Gesellschaft hineingeboren. Und wenn er alt sein wird, wird er in einer vergreisten Gesellschaft leben. So etwas hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben. In der Vergangenheit wurden immer nur Individuen alt, aber die Gesellschaft blieb jung. Zum ersten Mal befinden wir uns in einer Situation, wo nicht nur die Individuen alt werden, sondern wo völlig parallel dazu die gesamte Gesellschaft altert. Als dieser Mensch geboren wurde, da hatte ein Drittel der Bevölkerung noch nicht einmal das 20. Lebensjahr erreicht. Nur halb so viele, ein Sechstel der Bevölkerung, war älter als 60. Und wenn jener mit 40er alt geworden sein wird, dann wird er von vielen Alten umgegen sein. Vorausgesetzt, wir haben in den vor uns liegenden Jahren jährlich eine Nettozuwanderung von 200.000 junger Menschen. Eine sehr optimistische Annahme. Wir haben keine Ahnung, ob wir in den kommenden Jahren eine jährliche Zuwanderung von 200.000 jungen Menschen haben werden. Aber ich unterstelle dies einmal. Also unterstellt, diese Menschen kommen alle, dann werden im Laufe des Lebens unseres Mustermenschen die Anteile der unter 20-Jährigen um 43% sinken, der Anteil der 20- bis 60-Jährigen um 13%. Die Anteile der über 60-Jährigen werden sich hingegen verdoppeln, die der 80-Jährigen verfünffachen, die Anteile der über 90- und über 100-Jährigen werden sich ver-28-fachen bzw. ver-200-fachen. Das wird noch sehr viel deutlicher, wenn man sich die absoluten Zahlen anschaut. In einer Bevölkerung von vielleicht noch 75 Millionen, so um das Jahr 2040 herum, werden 9 Millionen Menschen älter als 80 Jahre sein. 9 Millionen von 75 Millionen. 1,6 Millionen werden älter als 90 sein. Und sollte die Medizin nicht schon bald bahnbrechende Fortschritte machen, dann werden in diesem Land etwa 3 Millionen altersdebiler leben. Und zwar so altersdebiler, dass sie permanenter Zuwendung, permanenter Fürsorge bedürfen. Und das in der Regel außerhalb der Familie, weil nämlich im Jahre 2040 unsere 80- und 90-Jährigen häufig gar keine Familie haben werden. oder zumindest keine belastbare Familie, die die Pflege übernehmen könnte. Meine Damen und Herren, das ist kein Schreckensszenario oder zumindest braucht dies kein Schreckensszenario zu sein. Es ist kein Schreckensszenario, wenn die Alterung der Bevölkerung nicht nur hingenommen wird, sondern wenn sie bewusst angenommen und gestaltet wird. Und das, meine ich, sollte uns doch umso leichter fallen, als jetzt doch genau das geschieht, was wir immer gewollt haben. Wir wollten lange individuelle Leben. Wir haben unglaubliche Anstrengungen auf uns genommen, um unsere individuellen Leben zu verlängern. Und gleichzeitig wollten wir nicht, dass mit der Verlängerung dieser individuellen Leben die Menschheit in gigantische Zahlen anschwellen würde. Nun ja, wir waren sehr erfolgreich. Die Menschen werden heute im statistischen Mittel doppelt so alt wie vor 100 Jahren. Was aber geschieht mit Bevölkerungen, deren Lebenserwartung zügig zunimmt und die sich nur noch zu einem Bruchteil in der Zahl ihrer Kinder ersetzt? Solche Bevölkerungen schwinden an Zahl, genau wie das vor 30 Jahren vorhergesagt worden war, und ihr Durchschnittsalter steigt rapide an. Und mit dieser Alterung ändern sich nicht nur individuelle, sondern auch kollektive Interessen, Bedürfnisse und Prioritäten. Wie gesagt, das braucht kein Schreckensszenario zu sein. Aber zu erwarten, dass eine Bevölkerung, die um 50-Jährige herum zentriert ist, dass in einer Bevölkerung, die mehrheitlich altenorientiert ist, einer Bevölkerung, die viel mehr Interesse an ihrer Rentenfrage hat, als an irgendwelchen innovativen Dingen, dass eine solche Bevölkerung sich nun so verhalten wird, wie eine Bevölkerung, die um 20- oder um 30-Jährige herum zentriert ist, das, meine ich, ist doch hochgradig illusorisch. Das ist nun wirklich ganz unrealistisch. Der Puls von Deutschen und Europäern wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten spürbar schwächer oder zumindest langsamer schlagen. Daran führt realistischerweise kein Weg vorbei, wenn wir auf einem Kontinent leben, wo eben annähernd jeder zweite Erwachsene älter als 60 Jahre ist. Das ist eine völlig andere Gesellschaft als die Gesellschaft, die wir gewohnt sind, jene Gesellschaft von 30- und 35-Jährigen. Und hinzu kommen die quantitativen Verschiebungen. Um das Jahr 2050 werden allein auf dem indischen Subkontinent in Indien und Pakistan mehr Menschen leben, mehr junge Menschen leben, als in Europa, Nordamerika, Südamerika und Australien zusammengenommen. Aber nicht nur aus demografischen Gründen verschieben sich die Gewichte zwischen Völkern, Ländern und Kontinenten. Mindestens ebenso bedeutsam ist, dass die Bevölkerungen der früh industrialisierten Länder dabei sind, auch ihre einstmals immensen Wissens- und Könnensvorsprünge zu verlieren. Diese Wissens- und Könnensvorsprünge waren zusammen mit der Demografie der Grund für ihre Jahrhunderte bewährende, dominierende Stellung. Dank dieser Wissens- und Könnensvorsprünge waren es die Europäer, die sich im 15. und 16. Jahrhundert aufmachten, um die Welt in Besitz zu nehmen. Nicht die Azteken suchten die Spanier heim, sondern die Spanier die Azteken. Nicht die Bantus kamen nach England, sondern die Engländer ins Bantuland. Nicht die Chinesen bahnten sich den Weg nach Venedig, sondern die Venezianer nach China und so weiter und so weiter. Und dabei wurden die zunächst bescheidenen Vorsprünge, die die Europäer hatten, im Laufe der Zeit immer größer. Spätestens im 19. Jahrhundert wurde Europa zu dem mit Abstand wichtigsten Hort von Wissen und Können. Die Briten bezeichneten sich damals zu Recht als die Werkstatt der Welt. Aber es waren nicht nur die Briten. Auch Franzosen, Italiener und nicht zuletzt die Deutschen waren Werkstatt der Welt. Doch auch das ist Geschichte. Zwar sind die aufsteigenden Regionen dieser Welt, namens China oder Indien, noch weit davon entfernt, die früh industrialisierten Länder zu überholen. Bücher, die man zu diesem Thema sieht, sind nicht immer zutreffend. Aber der Abstand zwischen den einen und den anderen verkürzt sich täglich. 2004 verdrängte China Italien vom sechsten Platz der weltweit größten Volkswirtschaften. Mit einem abermaligen Wachstumsschub von annähernd 10 Prozent ließ es 2005 auch Frankreich und Großbritannien hinter sich, sodass es nunmehr den vierten Platz in der Weltrankliste belegt. Und in wenigen Jahren wird es dann Deutschland und kurze Zeit später auch Japan überrundet haben. Einzig die USA werden ihren Spitzenplatz vorherst halten können, aber auch sie werden von China jedes Jahr härter und härter bedrängt werden. Nun braucht es an sich nicht zu wundern, dass sein Volk mit reichlich 1,3 Milliarden Menschen mehr erwirtschaftet als jeweils rund 60 Millionen Italiener, Franzosen oder Briten. Doch wie das Beispiel Chinas zeigt, sind andere Völker dabei aufzuholen, und zwar mit einer Geschwindigkeit, die von noch vor einer Generation undenkbar erschien. Endgültig vorbei sind doch die Zeiten, in denen Europäer oder Nordamerikaner mitleidig auf Produkte Made in Taiwan oder Made in Hongkong herabgeschaut haben. Was manche dieser Länder heute produzieren, gehört zum Besten, was auf dem Weltmarkt angeboten wird. Und es gehört nicht nur zum Besten, es gehört auch zum Preiswertesten. Die Bevölkerung der frühindustrialisierten Länder reagieren hierauf zunehmend verstört und verunsichert. Denn so hatten sie sich das Ganze nicht vorgestellt. Und sie hatten es nicht erwartet. Sie hielten es für eine Art von Naturgesetz, dass nur sie über Produkte verfügten, die auf dem Weltmarkt teuer verkauft werden konnten, während die anderen billig lieferten. Das war eine schöne Welt. Das war eine geradezu ideale Welt. Eine kleine Reiseschreibmaschine gegen einen Waggon Bananen. Das war angemessen. Nun aber stellen sie zu ihrem Erschrecken fest, dass sie immer weniger anzubieten haben, worum sich die Menschheit reißt. Andere haben dazugelernt und können heute vieles genauso gut und manches sogar besser als die erfolgsverwöhnten Völker der frühindustrialisierten Länder. Wie sollte es auch anders sein? Immer mehr Menschen haben den gleichen Zugang zu Wissen und Kapital, zu Maschinen und Blaupausen. Ich bin regelmäßig in diesen aufsteigenden Ländern in Sri Lanka, in Südamerika, Kolumbien, in Indonesien, in Bandung. Das sind die Universitäten, in denen ich in den letzten Jahren gelehrt habe. Und ich kann Ihnen versichern, die Studenten, die in diesen Universitäten sitzen, die sind nicht nur genauso helle wie wir, sondern sie haben eben auch genau den gleichen Zugang zu den Medien, die wir haben. Ein Knopfdruck auf den Computer bewirkt auf Ihrem Bildschirm das Gleiche, was er auf unserem Bildschirm bewirkt. Und Sie lernen fleißig. Sie haben dazugelernt, die Menschheit ist gleicher geworden. Dies ist, wie ich meine, eine positive Nachricht. Aber wir müssen lernen, mit ihr umzugehen. Wir müssen lernen, mit dieser Veränderung zurechtzukommen. Gemessen an Ihrer Wertschöpfung, an Ihrem Zugang zu Wissen und Kapital, ist die Menschheit oder genauer sind große Teile der Menschheit heute gleicher als jemals zuvor. Nur in einem unterscheiden sie sich nach wie vor beträchtlich. Und das ist der materieller Lebensstandard. Männer und Frauen, und ich habe hier ein ganz konkretes Bild vor Augen, ein Bild aus der Nähe von Bandung, Männer und Frauen, die im Morgengrauen zu Fuß losziehen, um in einer ziemlich weit entfernten Fabrik zu arbeiten. Und zwar nicht irgendwelche Arbeit zu verrichten, sondern um hervorragende Hubschrauber, Hubschrauber von erlesener Qualität zu montieren, kehren abends heim in Quartiere, die in den frühindustrialisierten Ländern noch nicht einmal als Notunterkünfte akzeptiert wurden. Ein Wasserhahn für vier Familien, ein WC für vier Familien, kein, noch kein, Stromanschluss. Sie erhalten nach einem harten Tagewerk einen Lohn, der nicht selten weit unterhalb dessen liegt, was in den frühindustrialisierten Ländern Menschen als gegenleistungsfreies Transfereinkommen gewährt wird. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. In den Ohren der Erwerbsbevölkerung aufsteigender Länder klingt das wie Hohn. Sie arbeiten für einen Bruchteil dessen, was in den frühindustrialisierten Ländern üblich ist, ohne weniger zu arbeiten und ohne schlechter zu arbeiten. Sie leisten das Gleiche für einen Bruchteil der Gegenleistung. Ja, es gibt eine Umverteilung von unten nach oben. Aber diese Umverteilung findet weniger innerhalb der frühindustrialisierten Länder statt, auch wenn sie dort ständig thematisiert wird. Viel gewaltiger sind die Umverteilungsströme, die von den Aufsteigenden in die frühindustrialisierten Länder fließen. Ein konkretes Beispiel, gegriffen aus der derzeitigen Unternehmenswirklichkeit, mag dies verdeutlichen. Ein deutsches Unternehmen betreibt drei Betriebsstätten. Diese drei Betriebsstätten sind weitgehend gleich ausgestattet, in ihnen wird das Gleiche hergestellt. Mit den gleichen Maschinen, mit den gleichen Laupausen, mit dem gleichen Kapitalstock. Eine dieser Betriebsstätten steht in Deutschland, eine in Ungarn und eine in China. Der deutsche Arbeitnehmer erhält für seine Leistung 40.000 Euro im Jahr. Der ungarische 6.000 Euro, der chinesische 1.200 im Jahr. Die Produkte, ich sagte es, sind gleich. Sie werden unter dem gleichen Namen, im gleichen Karton weltweit vertrieben. Aber Gewinne? Gewinne werden nur in Ungarn und China gemacht, nicht in Deutschland. Der deutsche Betrieb wird mitgeschleppt, von Ungarn und Chinesen. Aber wie lange noch? Gewiss, solche Konstellationen, wie ich sie hier skizziert habe, sind nicht die Regel, sind noch nicht die Regel. Aber sie werden häufiger. Würden sich Arbeitnehmer in Mittel- und Osteuropa oder in Asien nicht bescheiden, würden ihre Kollegen in Deutschland, Frankreich oder den USA häufig nicht so komfortabel leben können, wie sie leben. Die im weltweiten Vergleich Wohlhabenden leben auf Kosten der Armen. Wobei die Armen in den frühindustrialisierten Ländern zu den Wohlhabenden dieser Welt gehören. Sie gehören zum wohlhabendsten Siebentel der Menschheit. Sechs Siebentel der Menschheit sind ärmer als die Armen hierzulande. Die Kundigeren in den frühindustrialisierten Ländern sehen diese Ungereimtheiten und sie mahnen deshalb ihre Landsleute, sie müssten um so viel besser sein, wie sie teurer sind. Und auch unsere Kanzlerin hat dies erst unlängst wieder gefordert. Wir müssen um so viel besser sein, wie wir teurer sind. Aber diese Mahnung, diese Forderung ist folgenlos. Und sie muss folgenlos sein. Denn wie sollen deutsche Arbeiter, die an den gleichen Maschinen arbeiten, wie ihre ungarischen oder ihre chinesischen Kollegen, sechs beziehungsweise dreißig Mal so gut sein wie diese? Oder wie soll ein Busfahrer in Düsseldorf ein Vielfaches eines Busfahrers in Kiew oder Shanghai leisten? Oder ein Lehrer, ein Bademeister, ein Fliesenleger? Wenn die einen einen um so viel höheren Lebensstandard genießen als die anderen, dann ist das nur zum geringsten Teil auf unterschiedliches Geschick und Können auf unterschiedliche Leistung zurückzuführen. Weitaus bedeutsam ist das Glück der einen und das Unglück der anderen unterschiedliche Erbschaften angetreten zu haben. Die Menschen in den früh industrialisierten Ländern, wir, sind hoch privilegiert und die anderen haben das Nachsehen. Doch dass das nicht so bleibt, das scheint mir inzwischen offenkundig zu sein. Viele der bisherigen haben nicht zu schauen, nicht länger tatenlos zu, wenn es sich die Völker der früh industrialisierten Länder wohl sein lassen. Sie fangen an, diese zu bedrängen. Kriege, Terror, Drogen, Plagiate. Sie alle sind dabei, den früh industrialisierten Ländern Schwierigkeiten zu machen. Aber das sind nicht die wichtigsten Formen des Bedrängens. Viel bedeutsamer ist der lautlose Aufstieg von immer mehr Volkswirtschaften zu formidablen Wettbewerbern. Das Neue an diesem Wettbewerb ist, dass durch ihn die bisherigen Gesetze der Arbeitsteilung außer Kraft gesetzt worden sind. Bisher lautete die Grundfrage arbeitsteiligen Wirtschaftens, was kannst du besser, was kann ich besser und was lohnt es am Ende des Tages für uns beide wohlstandsmährend auszutauschen. Das ist heute nicht mehr die Frage. Da alle Beteiligten fast alles gleich gut können, lautet die Frage heute, wer von uns beiden kann das gleiche preiswerter, billiger anbieten? Und da die anderen nicht tüchtiger sind als wir, können sie es nur deshalb billiger anbieten, weil sie bescheidener sind, weil sie mit einem niedrigeren Lebensstandard verliebt nehmen. Und nunmehr haben wir das Nachsehen. Noch beruhigen wir uns mit dem Gedanken, dass auch die Erwerbsbevölkerung der aufsteigenden Länder nicht mit dem einen Wasserhahn und mit dem einen WC für vier Haushalte für alle Zeiten verliebt nehmen und schon bald höhere Löhne sowie Sozial- und Umweltstandards einfordern werden. Ich halte diese Überlegung für richtig. Das wird so kommen. Das wird nur so sein. Nur gilt es dabei dreierlei zu bedenken. Sollten die Löhne beispielsweise chinesischer Arbeiter viermal verdoppelt werden, Verdoppelung, nochmal Verdoppelung, nochmal Verdoppelung, nochmal Verdoppelung und das kann dauern, dann wären diese Arbeiter noch immer nur halb so teuer wie deutsche Arbeiter, die von Stund an keinerlei reale Lohnerhöhung mehr erhalten. Hinzu kommt zweitens, dass mit der Verbesserung der Lebensbedingungen in den aufsteigenden Ländern auch deren Exporte teurer würden. Zwar würde dadurch einiges von dem Wettbewerbsdruck genommen werden, der heute auf den frühindustrialisierten Ländern lastet. Die Erwerbsbevölkerung dieser frühindustrialisierten Länder könnten wieder ruhiger schlafen. Doch zugleich wäre es mit dem überaus reichhaltigen Angebot an sehr preiswerten Produkten vorbei. Ein DVD-Player zum Preis für 59 Euro oder fünf Paar Socken für 4,99 Euro oder drei T-Shirts für 5 Euro. Das alles würden die deutschen Konsumenten in den Geschäften vergeblich suchen. Auch viele Produkte, die gegenwärtig noch hierzulande hergestellt werden, zum Beispiel Automobile, würden sprunghaft teurer werden. Sie enthalten nämlich Vorprodukte, die jetzt noch billig aus jenen aufsteigenden Volkswirtschaften bezogen werden. Die Folge, verteuern sich die Exporte der Chinesen, Inder und vieler anderer, bekämen die Menschen in den früh industrialisierten Ländern weitaus weniger für ihr Geld als heute. Anders gewendet verbesserte sich der Lebensstandard der Aufsteiger, was ja diesen nur zu wünschen ist, verschlechterte er sich mit großer Wahrscheinlichkeit in Ländern wie Deutschland zumindest für die Dauer einiger Jahrzehnte. Und drittens ist zu bedenken, dass der schöne Menschheitstraum einer Annäherung der Lebensbedingungen aller Erdenbürger an das Niveau der früh industrialisierten Länder immer eine Fata Morgana war und eine Fata Morgana bleiben wird. Denn dieses Niveau ist auf absehbare Zeit, wenn überhaupt nicht verallgemeinerungsfähig. So wie wir leben, kann nur eine Minderheit leben. Wollen viele so leben wie wir, wird bald keiner mehr so leben. Das gibt die Erde ganz einfach nicht her. Dafür müsste sich die Menschheit auf fünf Globen verteilen. Nur dann könnte sie so viel essen und trinken, Energie verbrauchen und Abfall erzeugen wie gegenwärtig US-Amerikaner oder um einiges bescheidener wir Westeuropäer. Doch solange dieser Ausweg versperrt ist, solange wir nicht auf fünf Globen umziehen können, müssen sich die Völker der früh industrialisierten Länder mit der Vorstellung vertraut machen, dass sie von ihrem hohen Turm, auf dem sie lange gewirtschaftet haben, herabsteigen und den Völkern der aufsteigenden Länder ein Stück entgegen gehen müssen. Das heißt nicht, dass sie künftig nur Löhne wie heute die Inder erwarten könnten. Wer derartiges in Umlauf bringt, weiß nicht, wovon er redet oder er will ganz unsinnige Ängste schüren. Aber richten wir uns darauf ein. Ein paar Abstriche werden wir hinzunehmen haben. Ich meine, allzu schwer sollte uns das nicht fallen. Denn große Bevölkerungsteile leben in den früh industrialisierten Ländern ja nicht nur in Wohlstand. Sie leben im Überfluss. Und selbst die Armut ist von einer Art, nach der sich die Mehrheit der Menschheit sehnt. Dabei haben sich Reiche wie Arme in den frühindustrialisierten Ländern an Vergeudung gewöhnt. Wie selbstverständlich Essen und Trinken sich ungezählte Millionen aller Schichten krankenhausreif, bleiben die aberwitzigsten, kostspieligsten Normengefüge politisch unangetastet oder wird hingenommen, wie öffentliche Gebäude und Transportmittel immer wieder mit Graffiti-Schmierereien bedeckt werden. Um allein diese Schmierereien zu entfernen, wendet ein Land wie Deutschland jährlich mehr auf, als der Bau der Frauenkirche insgesamt gekostet hat. Ich glaube, ein Volk, das sich so etwas leistet, jedes Jahr eine Frauenkirche und noch eine Frauenkirche und noch eine Frauenkirche, ein solches Volk schöpft aus dem Vollen. Doch Schritt für Schritt geht es abwärts und die große Kunst von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten darin bestehen, den Abstieg so zu gestalten, dass möglichst wenige strauchen. Gelernt hat das von den heute Aktiven keiner mehr. Und weil das so ist, wird auch diese Veränderung verdrängt. Lasst uns mehr Wachstum haben. Lasst uns die Dinge wieder so gestalten, wie wir das gewohnt sind, wie wir dies in den 50er, 60er und 70er Jahren getan haben. So sind wir geprägt, so sind wir aufgewachsen, wir sind daran gewöhnt, dass es immer nur aufwärts geht. Und jetzt heißt es für alle umzudenken, Sicht und Verhaltensweisen zu ändern und zu begreifen, dass eine lange, überaus angenehme Epoche einer neuen, einer harscheren Epoche gewissen ist. Am Ende dieser neu angebrochenen Epoche ist zu hoffen, dass mehr Menschen zwar nicht in Luxus schwelgen, aber materiell auskömmlicher leben werden als heute. Für den Westen bedeutet das, ein wenig Verzicht zu üben und sich zu bescheiden. Geschieht das nicht, dann fürchte ich, wird ihm genommen werden, was er nicht freiwillig zu geben bereit ist. Und Widerstand hiergegen ist zwecklos. Die Kräfte unserer vergreisten Gesellschaft werden dafür nicht ausreichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sahen heute einen Vortrag aus dem Jahr 2006, aufgezeichnet bei der Volkshochschule Lahr. Es sprach Prof. Dr. Meinhard Miegel zum Thema Epochenwende. Gewinnt der Westen die Zukunft? Von Epochenwende. Bis zum nächsten Mal. Das ist auch bei der ifEM Epochenwende. Die alt